Yo Leute, hier ist Acel von Cryo, aber ich bin nicht alleine. Mit mir habe ich den Mr. Wanwar. Hallo. Und wir starten heute damit ein neues Together-Projekt und zwar spielen wir zusammen Dead Space 3. Ich würde sagen, ich drück auf, wir starten. Ja, mach mal. Ziele und drücke RB, um mit dem unteren Tool deiner selbstgebauten Waffe zu schießen. Prologue. Also bei so Cutscenes bin ich eigentlich immer leise. Es war schön, die Leute das genießen lassen. Ich würde sagen, ich drück auf, wir starten. Okay. Gut. Sehr schön, dass meine Audio-Einstellungen doch scheiße waren und irgendwie mal die Leute kaum verstanden hat. Ich mache die mal doppelt so laut, die Sprachausgabe wie die Musik. Ich glaube, das wäre besser. So. Siehst du eigentlich schon nicht im Menü bin? Ja, ich würde auch ins Menü geworfen. Achso, okay. Ja, drücke RS. Oh, wie in Dead Space 1. Nice. So. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt nur Dead Space 1 durchgespielt. Ja, ich auch. Das war ja wenigstens gruselig. Genau. Und Dead Space 2 habe ich angefangen, aber dann nie weitergespielt irgendwie. Ja, Dead Space 3 habe ich nicht. Ich glaube, ich habe das für Xbox gehabt. Ich habe dieses Spiel auch nur, weil ich das mal gewonnen habe in der Disco. In der Disco? Ja. Alles klar. Ich habe das für Sumble Bundle bekommen damals. Ich habe keine Ahnung, aber was müssen wir da machen? Hast du das Ziel? Ich kann mal mit C eigentlich. Ich dachte, B wäre die Ordnung für dich. Nö. Oh. Ich kann mir irgendwie rennen. Ja, mit Shift. Ja, ich spiele mit Controller. Ja, dann ist das mit Knopf. Oh, na. Cool. Ja, das war schön. Drücke RB. Hallo? Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten. Wird die Munition aufgeteilt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen. Rein da. Ja, wir müssen das bei der Pussy grabben. Oh. Ja, gesund. Das hat mich ganz schön erschreckt. Ballert rauf. Au. Ja. Ich konnte ja gar nichts machen, bevor der auf mir drauf war, man. Lässt die ganze Muni liegen. Bei mir war nur einmal Muni da. Achso, dann ist das vielleicht getrennt bei uns. Das kann sein. Aber ich hatte dreimal Muni. Ähm. Gut. Du warst hoch. Ja, das ist ein bisschen. Da ist ja noch so einer. Ja, alles. Ich glaube, der hat noch gelebt. Ich verkrüppelt alles. Schmerz. Oh. Achso. Oh. Oh nein. Big time. Jetzt ist er hier. Nein. Auf hier. Oh. Stirb doch. Stirb doch. Alla. Ist das rot? Alles gut. Alles gut. Äh. Lecker. Wie kommen wir da hoch? Ach je. Drücke A. Mhm. Und was haben wir hier? Partner braucht mehr Platz. Hä? Halten. Oh. Okay. Achso. Ich hoffe, da kommen keine Rätsel. Oh. Oh oh. Ja, gut. Ach du Kacke. Einfach runter oder? Ich hoffe mal. Was sagt denn B? B sagt gar nichts. Ich benutze LS, um dich abzusein. Ja, gut, dass du dich schnell weg bist, Info. Gut. Also, ich versuche auf jeden Fall einfach irgendwie unten abzuprobten. Ja, irgendwie schon. Oh, ich bin tot. Du bist tot. Das hat ja super geklappt. Ich glaube, ich bin gerade mitten in die Explosion rein. Gut. Hey. Oh. Ja, du musst diese Taste drücken. Jetzt sehe ich dich sogar. Ja, weil ich jetzt vor dir bin, außer soll ich sein. Spring. Da. Da kommt vielleicht die Explosion. Achtung. Du Eisel, lauf mal rechts oder links dran vorbei. Ich versuche... Uh. Was? Was? Oh, okay. Ich habe schon gedacht, ich wäre schon wieder gestorben. Aber das ist jetzt aber nicht so gut. Ach so. Wir können uns auch verwegen. Das habe ich auch gerade gemerkt. Oh, shit. Alter. Das ist jetzt aber nicht gut. Verschiffen mit deines. Ist ich schon wieder tot? Nee, alles ist gut. Achso, das soll so. Erstmal in der Kälte den Helm abnehmen. Das ist jetzt aber nicht so gut. Ja, ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Das war's dann mit Dead Space 3, wir sehen uns beim nächsten Mal, bei irgendeinem anderen Spiel. Ah. Okay. Gut. Wollen wir die Erde retten? Anscheinend ja nicht. Oh, Erfolg. Fremde in einem fremden Land. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich die Wände zu. Wir sind in der Schiene gebaut und auch zu wenig Platz. Nie unternehmen, werden wir ein. In der Lage ist Nachricht, hier und Heidegger. Heidegger ist weitergegangen. Ich habe eine Idee, wenn wir Sie in der Schule kommen. Ich bin wieder ein. Ich bin wieder ein. Okay, coffee, coffee, yeah. Für Sie ein Verklag. Winkern der Kranie. Antworten Sie! Helfen Sie! Weil zum Hacker sind Sie! Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit dafür, werde ich nicht kommen zu lassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker als Ernte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung schwank mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den Hacker für den Transportkommando! Haben wir. Bevor wir den Kontakt zu ihr verloren haben, sagte sie, wir sollen sie suchen. Danke. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Und die Touloumen sind in die innere Warte alle vorgekommen. Wir können sie nicht stoppen! Wir helfen uns weiter. Wir müssen los. Sie ist ganz allein nach Hausneisen. Und ich kann ihrer helfen, wenn sie wir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Oh, da sind wir! Ja! Drücke B um mir die Packs zu nutzen. Soll ich das jetzt machen? Ist das jetzt bei mir nicht? Ah! Ah hi! Ah, da bist du! Gut! Nice! Was haben wir hier? Du wirst wisstest, geh aufm Klo stehen. Ich bin ein armer Mann. Ich hab alles verloren. Da ist was. Ist das gewesen? Ist doch ein Textblock. Guck it up. Was haben wir hier? Hier haben wir auch was. Hm, 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 hm. Du stellst das jetzt nicht vor. Das juckt mich eigentlich gar nicht. Ich hasse sowas zu spielen. Hm, hm, hm. Hier kann man den essen. Schießen ab. Ach, das war ein Glas. Oh. Ist umgefallen. Oh. Ja, sieht doch schön aus hier bei dir. Ich bin, glaube ich, sogar der Charakter vom ersten Dead Space. Nee, du bist der Isaac. Ja. Ich glaub, der war das. Ich glaub, der war das. Ist hier rein? Nicht? Ja. Gut. Gehen wir mal weiter. Hm. Hier ist ne Tür. Ich glaub, hier ist ein Automat gewesen. Und willst du nen Snack oder was? Ja. Ja, ja, ne Schlecht. Okay. Ah, ne. Ich hab gedacht, hier müssen wir bei dir gehen. Beide öffnen. Vielleicht. Weißt du was, was? Brücke, R, S. Um nicht zu suchen. Hier sind irgendwo Gegner. Oh. Oh, ich hab keine Muni mehr. Ja. Ich treff nicht. Ich hab irgendwie eine andere Waffe. Ja, ich hab jetzt auch keinen Muni mehr, ne? Oh. Ja. Shit. Wenn ich da nicht einen bestimmten Ton reinschneide, dann weiß ich auch nicht. Ja. Hä? Ich hab keine Muni. Ja, will ich. Weg hier. Hier lag gerade welche. Oh. Du sollst übrigens Granaten meiden. Ich merk schon. Ich hab irgendwie die Waffe gewechselt. Oder die Muni. Aufgesammelt. Egal, es muss doch auch irgendwie Nahkampf geben, oder? Das glaub ich nur dieses Treten, oder nicht? Ja, da kann man doch Leute bestimmt auch töten. Oh. Oh. Aber hier liegt Muni. Na, ich muss erstmal auf die Steuerung klarkommen. Ja, PC ist ganz okay. Ja. Die ganze Zeit nur Minecraft gespielt. Alles darauf gelegt. So. Munition. Sehr schön. Gucken. Nahkampf. Das ist nur Treten. Ah. Wenn du nicht zielst. Oh. Achtung. Oh. Gut. Wenn du nicht zielst und schießen drückst, schlägst du zu. Ach so. Hier. So. 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 Einmal bitte klettern. Ja gut. Wenn du keine Muni haben willst, ist immerhin nicht alles verloren, ne? Das stimmt, ja. Das hier die Tür, wo wir rein müssen? Äh, wir können doch gucken, oder nicht? Bitch, dass du wartest. Das fwb. Ach so, wir müssen die Leiter hier hoch. Oh. Was war das denn nochmal für das ist? Ach eh. So. Einmal bitte klettern. so ich glaube diese teile an der wand können wir auch öffnen oder nicht echt ja ja mit a bei mir auf jeden fall lauter heilung krass ja ich denke es auch drücke ist dann wenn deine stase zu niedrig ist öffnen ach so oh nein die ist mir auch noch da oben ist ja dann geflohen können wir nicht mal den ihre waffe aufheben oder so ja hier liegt überall muni rum bei den neuen bei mir ist nur heilung irgendwie und ich bin voll geht ja ganz schön schnell her hier können wir vor der spiel stirbt man dann eigentlich soviel zu roger spiel wir können doch irgendwie stase abschießen ja hier das ist die station so crash man froger wieder auffüllen schön wasser die jetzt gebracht das füllt wieder die stase auf oben rechts bei dir neben der leistungs ding da ist ein stase ich habe hier gar keine hut nicht an deinem rücken so diese leuchtenden dinge ach so die das ist doch gerade geschossen ja von unten gut schaust auf die würde ich auch sagen hier ist auch noch was hier sind diese wandschränke stase wenn die stase niedrig ist aha das ist jetzt geld bei mir sieht man das also bei dir ist das blau ist das richtig ja ist das der gegner ach ja bei dir ist gelb auf dem rücken genau ach guck mal guck mal hier die tür auf wo drücke ach waffe wechseln geht doch ja mit den zahlen gut zu wissen er hat die doch automatisch gewechselt nachdem du keine muni mehr hattest ne hat er bei mir nicht aber bei mir hat er das gemacht also hier war auf jeden fall eine party jo ein bisschen das zeitalter der menschheit neigt sich dem ende zu stimmjus 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 so gucke mal so perfekt das ist ja gut siehst du das was ich auf habe hier gar nichts du hast mein inventar ist hier auf ich sehe nur dein gesicht ist klar hier stehen auch die mission ist auch nur wie er tot ne ich schlieb noch das ist ein markertest labor es gibt überall in allen größeren kolonien und außenkosten als teil des markertestprogramms haben sie geholfen sie zu machen und heute werden die zeuge sein wenn ich sie freisetzen nein nein sie bringen alle um die natur muss ihren lauf nehmen und ich lasse nicht zu dass sie oder jemand anderes das auffällt augen gerade aus alberg fassen sie gut aus und jetzt werden sie teil des wiedergeburtes zyklus ultra friendship beam was mit dem anderen toten jetzt ach da kommt bestimmt wieder nach dieser roboter fabrik für uns da ist er doch bist wohl doch nicht so tot das geht los aber da liegt munition rum jetzt ist die frage wenn wir auf das fenster schießen dann kommen die durch das wird schon da klatsch weg da ist noch ein aber die halten viel aus irgendwie schon weg mit dir dann noch mal bitte heilen einmal schießen die auf die gliedmausen um extra gegner extra chance machen ach ok ja damit die langsamer laufen oder so halt denke ich schon mal ja hier kann man durch ist das richtig position ich will hier lang ich denke mal die stadt hat es auf jeden fall schon mal ein bisschen explodieren lassen ja aber wir sind jetzt bei 25 minuten oh schon krass was ist das denn speichern kann man nicht oh 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 was ist denn mit dir ach du scheiße der wird tot ja ich weiß nicht kann man speichern das passiert mal escape speichern und beenden kann man speichern und beenden nur ja ok das oder sollen wir einfach am stück und schneiden können wir auch machen ja ok ich glaube das ist einfach einfacher weil einfach einfach ist einfach 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 ist so gut dann ihr habt es gehört leute nicht immer eine neue an mod nur wenn neue aufnahmen gestartet werden richtig durch der hat was oh 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 ach weg weg einfach auf den Boden treten achso oh der liebt immer noch ja stopp doch oh du bist tot bin ich tot ich leb doch noch drücke A in der nähe gedrückt weit ok du warst tot anscheinend ja gut also ein bisschen auch mit der steuerung klarkommen gut nachladen anstatt zu schlagen trete ich nämlich immer irgendwie schnick dumm ja wie tritt nicht wie schlägt man denn ohne zu zielen die schusstaste drücken achso steht auch eben schon gesagt achso ich dachte ohne zu zielen die leertaste drücken verdammten Arschlöscher aber ehrlich so noch ein Aufzug trecker ach gottes willen das wäre dann der Aufzugsimulator hier trecker hier irgendwie muss ich da was anderes denken der gute alte trecker ich nehme jetzt die andere Waffe muss doch mal gucken wie dieser abgeht irgendwie konnte ich doch genau ich kann einstellen wie ich mit der schieße und los kaputt ja irgendwie ist bei mir scheiße inventar voll schon ja guck mal kann man auch die flüchtende zivilisten schießen ja scheiße ich komme ja es ist zu dann mach auf oh was haben wir denn hier können wir nicht benutzen getränke wie teuer ist das denn 2 9 jetzt ist nur die frage in welcher währung naja so eine toilette haben wir hier können wir aber auch nicht besuchen obwohl ich mal pinkeln muss gehen wir wohl hier durch ne weil wir hier jetzt noch was glaube ich oder noch was ist das hier was sinnvolles guck mal ein artefakt oh drücken um mitteilung an die okay wieder sachen zu lesen ich mag das nicht so was haben wir denn hier oh merch kauf bei merch quad aaaaaaah das war gut ey ich hab bedpacks sind bei mir voll ich weiß gar nicht wie ich die untertunze bei mir ist es b drücken das muss dir doch am anfang gesagt worden sein ja da hab ich nicht drauf gehört gut dann würde ich schon mal sagen gelitten ja scheint ja